Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von TheForest und wir waren hier anscheinend, ist jetzt eine neue Aufnahme-Season, wie ihr vielleicht gemerkt habt, dass ein paar Folgen in der Zwischenzeit gefehlt haben. So zwei, drei Wächlein oder sowas. Und was haben unsere Augen erblickt? Wir sind noch nicht mit dem Dach fertig. Yay. Geil. Yay. Waren wir mit der Inneneinrichtung fertig? Ich weiß es gar nicht. Nö. Oh, hier liegen Stecker. Wir sind nicht in Hand Showdown. Ach, Schlafzimmer hatten wir fertig. Mehr nicht, ne? Ach du Scheiße. Alter, diese ganzen Punkte auf dem Boden sowieso. Warte, warte, warte. Diese ganzen Lichtpunkte. Ich muss nicht sagen, wo kommen die Punkte her? Ja, keine Ahnung, schau mal ein bisschen nach oben, da siehst du die ganzen Punkte, blödgesackt. Ach so, stimmt. Weil da zwei Wolken übereinander und dann. Lol, dass die die drin haben, das wundert mich direkt. Aber eigentlich müssen die dann ganz nach unten auch teilweise scheinen, weil manche... Alter, das stimmt hier. Das ist mir aber nur mir aufgefallen. Alter, der Wind, alter, wie der Herr. Mir auch nicht. Ist das neu? Vielleicht ein Update reingekommen? Ja, und das ist auch was. Das ist mir nur nie aufgefallen. Wie so LED-Lichter im Boden. Ja, Sternen... Himmel, würde ich sagen. Sternenboden. Genau, das wäre echt nicht aufgefallen. Ja, hier ist eine Couch und so wäre ganz geil. Und ein Fernseher. Aber gut, haben wir leider nicht. Machen wir erstmal... Machen wir erstmal das Dach fertig, oder? Komm ganz schnell. Gleich loslegen. Gar nicht so lange warten hier. Ach so, ich muss jetzt so essen. Okay, vergiss das wieder. Oh, wir haben nichts mehr. Oh, man merkt, wenn man baut, ne? Geht das ganz schön rapide zurück, unser Vorrat hier. Ja. Genau, aber zu eurer Info, wir haben jetzt auch beschlossen, langsam zum Abschluss zu kommen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Ich hoffe, gesagt, ja. Das haben wir schon. Fertig zu machen. Also, eigentlich nur noch das Dach. Ich weiß nicht, die Effigies, die sind halt immer noch 104 Köpfe. Also, das wird halt schon noch dauern, glaube ich. Auch wenn sie uns regelmäßig angreifen. Also, ich sag mal, wir sind eh gut vorangekommen mit den Effigies. Der ist schon, ja, aber 104 Köpfe, 104 Eingeborene. Pro Angriff sind es nur so 5, 6 Dinge oder sowas vielleicht. Wollte gerade sagen, theoretisch ist es machbar. Ja. Da müssen sie aber jetzt wirklich jede Nacht, wir müssen wirklich jeden eigentlich machen. Also, das ist eigentlich im Prinzip kein Problem. Ich sag, das sind ein paar Nächte. Das war nicht mehr zu. Ach, jetzt. Das ist das Blödsinn. Es sind ein paar Nächte, aber... Ja. Aber wir müssen... Das brauchen wir jetzt nicht fokussieren. Das ist Blödsinn. Genau. Also, wir würden das Dach fertig machen. Genau. Das Dach ist jetzt wichtig. Und... Scheiße, ich habe meinen Wagen vergessen. Und ich habe kein Benzin mehr. Ich will meine Motorsäge. Also, müsstest du vielleicht... Ja. Ja, ich hätte da... Ich schleppe und du... Einen Kanister hätte ich noch. Ups. Ja, dann musst du halt die Bäume fällen. Warte, wie viele Bäume... Äh, 30. Ja, das sollte man schaffen. Aber der Weg ist schon geil. Der gefällt mir schon. Ja, ja. Der ist geil. Ein bisschen nervig, dass auf dem Weg noch Zeug wächst. Eigentlich habe ich ein bisschen gehofft, dass der Weg dann so ein bisschen befreit ist von dem ganzen Unkraut. Ja. Oh, da laufen sie schon. Zu. Eins, zwei, drei, vier. Ey, wo wollen wir denn eigentlich... Das nächste bisschen Baum füllen. Nach rechts, da gehen, in den Wald? Ich würde sagen, einfach nach rechts, wo die gerade hingelaufen sind. Krass. Ist zwar ein ganz schöner Weg, aber wir könnten da ganz stolz sagen, dass wir nicht nachwachsen lassen haben. Der stirbt. So. Okay, das sind überall F-Hit-Cheese. Ach so, das... Da habe ich den Stoff genommen. I hope so. So. Ach, hier war eine Höhle. Höhle. Aber dieses Rotmarkett, ich glaube, da ist... Das ist eine Stoffhöhle. Ah ja, stimmt, das ist die Stofffröhle. War da nicht auch Treibstoff oder so drin? Warte, ich will Stoff... Keine Ahnung. Scheißig. Na ja. Da fang ich einfach mal an. Alter, wenn wir... LOL. Wenn wir noch weiter fällen, Alter, sind wir gleich beim Sinkhole. Leute, das Sinkhole ist doch ganz woanders. Ich bin jetzt drei, ich bin gerade nur ganz kurz in Luchenther gelaufen und ich stehe jetzt vorm Sinkhole. Hä, ich hätte gedacht, das ist ganz woanders. Ja, war es ja auch, aber jetzt nicht mehr. Weil wir müssen hierher die... Nee, ich habe doch andere Himmelsrichtungen eigentlich. Die sind doch ganz anders. Wo ist hier bei der Sinkhole? Hä? Ich habe bescheuert. Ah, nee. Sorry, das sah aus wie Sinkhole, aber dabei ist das einfach nur das Meer. Das sah für mich gerade aus wie Sinkhole. Ja, weil das Sinkhole ist ja da. In die Richtung. Sorry. Sorry. Das ist eher der Teil, wo wir... Er spielt schon so lang vorresten, dann weißt du immer noch nicht, wo das Sinkhole ist. Das hat so ausges... Du, es hat so ausgeschaut. Sorry. Ah ja. Habe ich gar nicht hier in Erinnerung, dass immer alles so laut war. Ohne Scheiß. Oh, wir denken es noch ein bisschen weiter. Fuki. Ja, lol. Stimmt. Unsere Köpfe kommen. Unsere Köpfe, hallo. Oh. Wo ist der denn? Hi. Ist die, äh, schon weg? Ne, ein, eine kille ich gerade. Ich habe gerade von den Baumstimmen geredet. So. Du stehst nicht auf. Nein, nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Ah, Gott sei Dank. Hallo? Gott, hast du mich erschrocken. Aua, aua, aua. Oh, scheiße. Ich brauche deine Hilfe ganz kurz. Oh. Ich muss das mit dem Bogen regeln. Geht nicht anders. Oh, ich habe den... Hä? Aua. 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 Alter, ich habe halt keine Rüstung mehr. Ich glaube, ich habe es wohl verleert. Ah, ja. Ah, ja, da ist der Headshot. Aua. Ich habe keine Quelle mehr. Aua. Au, au, au. Oh, Alter. Alter, ich hänge am Baum. Ah, ah, ah. Bleib stehen, du Pisser. Bleib halt mal ganz kurz stehen. Nur ganz kurz. Guck mich ganz kurz an. Hallo? Jetzt bleib stehen. Ah, Mann. Wow. Ja, das machst du schon. Ey, die lebt ja noch. Scheiße, ey. Pass aus. Stirr. 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 Lebt ja noch. Inventory. Ein Stein, der die hat. Okay, es ist aber ein bisschen nervig, dass du so viel aushalten hast. Ja, direkt neben die anderen. So, ich habe mich wieder mit dem Stein gekillt. Die Trophäe habe ich immer noch nicht bekommen. Zumindest die Errungen schaffen. So. Ich finde das so mehr. Deinen Kopf. Oh, ich kann keinen Kopf aufnehmen. Das ist so ein Problem gewesen, dass man nicht mehr Köpfe tragen kann. Kannst du den Kopf dann auch nehmen? Nee. Theoretisch schon. Ja, warte kurz. Sehr gut. Bevor du irgendwie despawnst oder was hast. Also das finde ich ein bisschen schwach. Das Spiel ist eigentlich schon. Also ist komplett hier draußen. Die Arbeit. Aber gibt es eigentlich noch Updates? Nee, oder? Eigentlich nicht, aber die arbeiten hier im zweiten Teil. Die Beine brauchen wir gar nicht mehr. Okay. Aber das finde ich noch ein bisschen fast schwach. Das, ähm... Das, das, das... Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas mit Köpfe sammeln oder was? Nee, genau. Dass man die Körper nicht... Also dass es die Funktion gibt, Körper in die Wagen legen. So. Aber man nicht... Aber dass es verpackt ist und nicht funktioniert. Das nervt ein bisschen. Ja, das ist wirklich traurig. Da hast du schon alles. Die Beine kannst du liegen lassen. Ich habe keine Mutantenrüstung mehr. Ich habe gerade alles verloren. Ich habe gerade echt schlecht gekämpft. Joa, hast du es anscheinend verloren. Ist aber nicht so... Ist ja nicht so tragisch. Wir wollen ja eh, dass wir sagen, dass wir so Abschluss kommen. Ja. Nicht den Arm, den Kopf. Danke dir. Oh, ich komme auch. Stimmt, ja. Dann gib mir doch mal deinen zweiten Arm. Scheint kein Darm wieder nicht auf. Das war das Arm. Perfekt. Danke dir. Ja. Toll, ich hau auf den Arm drauf und was fliegt weg? Ein Bein. Ja, das ging mir gerade genauso. Die hast du schon komplett, ne? Die hat nur noch ein Bein. Das ist ein Pirat. Die hat noch Arme, die kann ich noch mitnehmen. Aber wenn man sich überlegt, das ist schon brutales Spiel eigentlich. Eigentlich schon. Teamlich. Ich kenne die ganzen Körperteile ab, hacken und dann irgendwie aufspießen. Mir fällt jetzt eigentlich kein Spiel ein, wo das diese gleiche Funktion eigentlich drin ist, oder? Dass man irgendwie von den Körperteilen von den Gegnern irgendwas baut. Oder? Wenn man es mit den anderen Survival-Spielen, da ist es ein bisschen vergleich. In Survival-Spielen. Und was gibt es noch? Conan Exile und sowas. Conan Exile. Ich weiß nicht. Ich habe es ja an und für sich nie gespielt, die zwei Spiele. Aber... Ja, ich auch nicht. Aber mir wäre es nie so aufgefallen. Also, ich glaube, dass ein Conan Exile es schon irgendwelche Sachen gibt. Ah, ich glaube, da kann man Leute irgendwie kreuzigen. Genau, solche. Also, da kann man auch brutale Sachen machen. Vielleicht kannst du nicht in kleine Stücke hacken. Aber ich glaube, du kannst es auch ziemlich brutal hinrichten. Kannst du auch steinigen oder so? Ich weiß es nicht. Apropos Conan Exiles. Haben wir das jetzt eigentlich kostenlos? Ich habe es irgendwie... Also, ich habe letztes Mal... Ich wollte dich auch gerade fragen, ob du es hast. Weil ich habe es irgendwie verpasst. Ich weiß es nicht. Das stand mal da, demnächst verfügbar. Und eigentlich gucke ich ja jeden Freitag, was es gibt. Und dann war es einfach mal weg. Jetzt, wo du es sagst, ne? Entweder habe ich den Freitag verpasst, aber mich würde es eigentlich wundern. Ne, ne. Also, den Freitag, da war es nicht dabei. Ne, ne. Weil ich habe übrigens jeden Freitag noch... Ja, ja. Ich auch. Dem Freitag ist Killing Floor drin gewesen. Oder ist drin. Genau. Aber da stand ja demnächst Conan Exiles. Und das ist aber auch weg, das demnächst. Also, falls Leute sich fragen, über was wir reden. Diese Gratis-Epic-Spiele. Ja. Aber das ist gerade so ein privates Gespräch gewesen. Labern wir einfach irgendeine Scheiße dahin. Aber wir haben hier ARC Survival. Das haben wir ja. Also, das habe ich mir geholfen. Aber das mit Conan Exiles ärgert mich trotzdem. Weil das hätte mich fast noch mehr interessiert wie ARC Survival. Muss ich ehrlich sagen. Wobei es eigentlich ziemlich gleich war. Wenn ich so überlege. Ja. Oder haben wir es irgendwie... Ich habe... Ne. Ich habe nachgeguckt. Ich habe es echt nicht. Weil ich schon mal dran... Weil ich schon mal dran gedacht habe. So, hä? Wo ist das eigentlich? Also, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Warte, ich kann mir eine Taschenlampe vielleicht... Sag ich mal schauen, ob ich die habe. Wo an die Taschenlampe? Ich treffe nicht mal den Baum. Ah, er fällt, glaube ich. Da, siehst du was? Jo, perfekt. Ich glaube, wir haben noch nie so in der Nacht gearbeitet. Nee. Eigentlich ist das echt gruselig. Vor allem mit der Taschenlampe, mit dem Licht, das ist... Wie ich wollte gerade sagen. Das ist eigentlich richtig wie ein Horrorspiel. So mit einer Taschenlampe durch den Wald laufen. Ja, aber mit einer Fackel ist irgendwie so ein warmes Licht. Aber bei der Taschenlampe irgendwie. So kalt. Und dann siehst du im Hintergrund. Wäre lustig, so ein Slenderman oder sowas. Oder du wärst nicht da und ich höre die Motorsäge. Nein, 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 nein. Da würde ich aber schnell laufen. Machen wir nochmal einen Baum? Oder du läufst hier und dann plötzlich... Also eigentlich... Die haben ja... ...gesagt, dass die den zweiten Teil... ...mehr auf Horror setzen wollen, oder? Ähm... Das soll ja mehr Horror... Weniger bauen, oder wie war das? Ne, weniger bauen, weiß ich nicht. Von bauen haben sie noch gar nichts gesagt. Aber die... Das soll ja irgendwie so... ...mehr Horror... Alter, der ist remig gerade erschrocken. Ist doch gerade vor uns gespawnt, oder? Ja, irgendwie schon. Ähm... Mehr Horroratmosphäre und so. Und das könnte schon richtig gut kommen bei Forrest. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, ich laufe hier mit der Taschenlampe durch den Wald. Naja, aber ab dem Moment, wo es eigentlich Koop ist, ist so ein Horrorfaktor eigentlich für wieder... Ein bisschen weg. Weniger. Ja, das stimmt, ja. Weil man halt so in den Stuhl sitzt und die ganze Zeit mit einem Kumpel da ein bisschen quatscht. Und ja. Ja, genau. Gut, weil man erschrickt sich trotzdem vielleicht noch ab und zu. Aber ansonsten... Ja, bei richtig guten Horrorspielen schon, ja. Und ich könnte mir gut vorstellen. Weil wir haben mir vor, jetzt demnächst mal Forrest abzuschließen, ob ich... Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ob wir es mal mit ARC probieren sollen. Ob wir dann mal mit dem Let's Test anfangen. Oh. Ah, schon wieder so ein Projekt. Aber ich glaube, es ist halt sehr umfangreich mittlerweile. Das Problem bei ARC und Conan ist halt einfach, dass das... Es könnte mir... Könnte ich mir schon vorstellen, dass es Spaß macht. Aber es ist halt auch PvP, ne? Oder? Ja. Ach stimmt, das ist PvP. Au, ja. Vielleicht... Ist das vielleicht private Server oder so? Ich habe keine Ahnung. Hast du den anderen Wagen nicht mitgenommen? Okay. LoL. Ja, ich bin dann gerade... Ich laufe gerade die ganze Zeit. Nee, wurscht, dann schlafen wir jetzt erst mal gut. Ah ja, gut. Komm, lass uns jetzt, lass uns durchziehen. Komm, let's go. Nimm den Wagen mit. Warte, ich muss erst mal wieder was essen. Und ausdauerbar keine mehr. Ah, ich setze mich kurz hin. Ausdauer, stimmt, hast recht. Ja, ich muss das auch mal kurz machen. Ich habe das Tor offen gelassen. Ich habe gerade einen Schrei gehört. Deswegen habe ich gerade gesagt, weil ich auch den Schrei gehört habe. Deswegen habe ich gesagt, ich habe das Tor offen gelassen. Ich bin gleich da. Komm gleich nach. Ich muss mit einer auf. Ausdauer nur auftanken. Mach lieber mal zu. Nee, ich muss auch Ausdauer tanken. Ja. Und was geht? Ja, wenn wir schon mal hier sitzen. So. So, perfekt. Ich bin bereit. Dann let's go. Ich hole mir noch was zu essen. Lustigerweise haben wir eigentlich jetzt einen Garten mit ganz viel Blaubeeren. Aber nutzen, essen tue ich da eigentlich niemals. Stimmt eigentlich. Aber ich habe, glaube ich, da kurz mal meinen Beutel voll gemacht. Es geht hier nur darum, dass wir es können. Weißt du nicht, dass wir es unbedingt machen müssen? Ja, genau. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich kennen sie, ne? Oh, hier sind wir alle fallen ausgelöst. Ich wollte gerade... Wow, shit. Hast du... Hör dir auf. Guck, dass ich hier auch sauer aufgetankt habe für schnellen Katana-Angriff. Nicht auf den... Oder wollte leicht. Ich kann nicht mehr so schlecht. So, einer ist tot. Nein, nein, ich bleib ja beim Baumstumpfen. Oh, lol. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, und ich habe komplett meine Rüstung verloren. Ja, ich auch. Ein Fehler, ne? Du bleibst einmal kurz bei so einem beschissenen Baumstumpfen. Boah, also der Schaden ist schon heftig. Ja, 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 aber ich habe keine Ausdauer mehr. Du musst weitermachen. Ich muss mal kurz Ausdauer tanken. Ich habe gerade ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich die eine gekillt habe, wo jetzt die Leichen liegen. Scheiße. Leiche, wo bist du? Ich brauche deinen Kopf. Ich hole mal meine Taschenlabel wieder raus. Toll, die bringt ja noch viel, ne? Ja, die Taschenlabel. Ist eigentlich ein geiles Feature mit der Batterie, dass umso weniger Batterie, umso schwächer wird das Licht und so. Eigentlich richtig nice. Hast du noch Batterien? Doch, ich habe noch Batterien. Oh, ich habe nur noch eine Batterie. Nein. Und auch, dass wenn sie alle wühlt. Hey, hier nochmal ein FMG für dich macht. Dass wenn sie alle wühlt, dass der auch so schüttelt und so, weißt du? Das ist auch ein geiles Feature eigentlich. Aber gut, das ist in vielen Horrorspielen eigentlich. Ich finde, hast du meine Leiche genommen, die ich gekillt habe? Nein. Vielleicht hast du es unbewusst gemacht. Ich habe einfach den genommen, wo du gesagt hast, ich soll den übernehmen. Ja, aber ich habe noch einen gekillt. Oder einen, ne? Ein bisschen weiter hinten. In solchen Momenten wünsche ich mir eigentlich live zu sein, damit mir Leute sagen können, wo die Leiche ist. Ich wieder zu inkompetent war, mir das zu merken. Kann doch nicht sein. Ich bin dann... Ich habe hier gefeitet, habe sie gekillt. Hat sie noch gelebt? Ne. Die haben sie angegriffen, oder? Die bleiben ja liegen, die Leichen, oder? Die spawnen ja nicht, ne? Oder nicht so schnell zumindest. Ne. Müsste ich die eigentlich morgen früh vielleicht nochmal suchen. Krass, ich finde die echt gar nicht mehr, ne? Ich glaube, hier liegt eine. Wo? Hier liegt eine. Aber da ist durch die volle. Verrückt. Ne, 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 ne. Ich habe eine direkt da hinten und bin quer zu dir gelaufen. Ungefähr hier eigentlich. Auch ein F-E-G stehen? Was? Ey, wir haben einen Hasen gefangen in der Hasenfalle. Oh, hoffentlich. Eigentlich könnte man mal gucken, wie viel... Ah, da, ich habe sie gefunden. Alter, ich wusste doch, dass hier eine Leiche ist. War doch weiter weg, wie gedacht. Aber krass eigentlich, dass... Achso, du hast... Ich überschreit da rum. Ja, ich... Ah lol, die hängt ja da. Gott sei Dank schreit da rum. Ich habe gar nicht gesehen. Einen brauche ich nicht. Ähm. Ich mag mal irgendwas fertig machen. Überall fangen wir an. Ja. Eins habe ich fertig gemacht. Da ist noch einer mit einer Tasche. Wow, da laufen fünf Köpfe rum. Fünf. Wow. Scheiß mal. Oh, ja, stimmt. Pfeile. Oh. Ja, ich glaube, mit Pfeil und Bogen ist das generell besser. Ja, schreit... Oh, Gott. In der Nacht sehe ich halt nichts. Das ist mein Problem. Oh, einer ist in der Falle gelaufen, glaube ich. Oh, hinter mir. Alter, hinter uns kommt noch mal einer... Oh, shit. Das werden echt viele gerade. Wir haben... Haben wir doch Pfeile, oder? Wir haben doch hier Bestimmteile. Ja, ja. Lol, einer brennt. Ich weiß zwar nicht, warum, aber... Alter, das sind gerade richtig viele. Ich habe kein volles Problem hier. Ich sehe es auch nicht so richtig. Also unsere Pfeillage ist leer. Du bist reingegangen? Bin ich hier gerade alleine? Ja, ja. Alter, der eine wirft... Ja, die haben sich gerade selber gegenseitig angezündet. Alter, weil es dunkel ist, man sieht nicht, wo die herkommt. Wow. Ich habe gerade richtiges Problem. Es kann sein, dass ich sterbe, weil ich gar keine Rüstung mehr habe. Oh, der ist tot. Wow, 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 wow. Ich laufe mal zwischen die Fallen rein. Schau mal, ob vielleicht rückt mich einer. Oh, das macht man nicht. Das sind die ganzen Fallen wieder erneuern, ey. Die sind ja alle lecker kaputt hier. Alle ausgelöst. So. Moment, wo war die Leiche jetzt? Da war noch einer. Es sind alle dort. Ich glaube, ich tue mal alle Leichen, die ich finde, auf dem Weg. Da war noch eine. Holen wir eine Dachschellampe wieder raus. Vielleicht zieht man da ein bisschen was. Aber ich finde, die Batterie geht zu schnell down. Also das ist schon hart, ne? Eindeutig, ja. Das ist schon heftig, Alter. Ich habe gerade eine Batterie reingetan und habe da fünf Minuten da rumgeleuchtet. Und zack, haben wir nur noch 83 Prozent. Ja, da habe ich mir eigentlich immer nur noch wieder Fackeln oder sowas gemacht. Ja, aber irgendwie muss man. Ich glaube, ich habe keine Batterien mehr, aber so. Aber ich nutze es jetzt einfach mal, solange ich es noch habe, ne? Ich meine, es ist auch blöd, wenn ich es einfach nicht nutze bis zum Schluss und sage, oh, ich habe es mir gespart und was bringt mir jetzt nichts. Ja, ja, klar. Aber ich habe eh keine Batterien mehr oder so. Ich stehe mal davon aus, dass du einfach alle hast. Alle. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe drei Leichen irgendwie. Ja, okay. Es waren zwar mehr, aber... Ja, vielleicht findet man es ja am nächsten Morgen noch. Du hast alle Köpfe und alle Arme, ne? Ne, der hat noch Arme. Ich weiß gerade nicht. Da müsste noch irgendjemand mit Kopf sein. Hätts Köpfe? Das sieht so aus. Ne, es ist noch diese Kräule da. Arm. Ach, aber ich muss mich drunter. Aber da ist noch einer drunter mit dem Kopf. Sehe ich gerade. Jo. So. Versuchen wir mal, den zwei F-HGs am Eingangstor fertig zu machen. Ne, ja, das können wir mal machen. Fünf, da vier. Oh, ne, da. Hä? Da brauche ich vier und da brauche ich vier. Ja, gut. Dann machen wir erst noch ein bisschen. Da haben wir noch einen Arm. Zack, da. Arme, genau. Arme. Da noch ein Arm. Da, Arme weg. Arme weg. Hier noch Arme. Hier brauchen wir viele Arme. Hui. So. Ah, es wird langsam wieder hell. Gott sei Dank. Die Armeaufnahme, ey. Die ist voll für den Arsch. Da einen Tampnell machen. Das wird schwierig. So, pass auf. Ah, ne, doch nicht. Ist hier vielleicht noch so welche drunter? Warum habe ich jetzt, warum habe ich jetzt das Sarsbril in der Hand? Soll. So, der hat keinen Kopf und keine Arme mehr. Das ist vollkommen korrekt. Keine Arme, kein Kopf. 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 Gut, perfekt. Haben wir gut gemacht. Sehr schön. Siehst du, und schon sind es nur noch 92 Köpfe. Aber irgendwie ist es... Das war der Vorhinein, nicht vier, ne? Ja. Geht ja so relativ. Gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es waren mehr Leute. Kann auch sein, dass paar weggelaufen sind. Haben wir eigentlich auch noch Beine? Nee, ne? Nur noch Köpfe und Arme. Nur noch Köpfe und Arme, ja. Schädel brauchen wir auch noch. Also eigentlich... Das ist scheiße. Zwei Schädel ist doof. Ich habe vier Schädel. Wo kommen wir Schädel? Wahrscheinlich irgendwie beim Kronleuchter vielleicht in der... In der... Ja, aber da gehe ich gleich mal rein, dass es wirklich nicht geht. Ich habe gerade ein Lohr erwischt. Geil. So. Licht kann ich jetzt wegmachen. Wieso habe ich denn vier Schädel? Kann man vier Schädel tragen? Anscheinend. Erstmal kann vier Schädel tragen, aber nur ein Kopf. Ja. Pisser. Ja, aber im Kopf ist ja noch das Gehirn drin. Beim Schädel ist ja das Gehirn ja schon verdampft. Aber ich wollte gerade sagen, es kann ja nicht so schwer sein bei denen. Also, dass wir unseren Weg jetzt mit Leichentuch pflastern, ist zwar geiles Feature, aber... Ein bisschen übertrieben, oder? Yay. Und der Kronleuchter ist fertig. Yay. Aber unser Dach nicht, was wir eigentlich machen wollten in dieser Folge. Haben wir noch ein paar Baumstämme? Warte, ich nehme jetzt diesen Wagen. Wie viele Baumstämme haben wir noch? Let's go. Wie viele Baumstämme? Neun Baumstämme hat das geschafft, mal Lukas. Moment mal. Dann brauche ich diesen zweiten Wagen gar nicht. Dann reicht deine Wagen da hinten. Muss mal kurz durchzählen. Weißt du was? Während du das machst, gehe ich mal nochmal auf Leiche suche. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das waren mehr Leichen. Ich gehe nochmal hier alles abgrasen kurz. Ob wir nicht doch noch eine übersehen haben, oder vielleicht mal eine bei irgendeiner Falle drin war. Ja, da hinten laufen welche rum. Ja, aber das Kämpfen hat man wirklich ein bisschen verlernt wieder. Also, ich habe echt gar keine Rüstung mehr. Ich habe sogar weniger Leben. Eins, zwei, drei, vier. Einen Baum brauchen wir noch. Oh, ich habe einen Hasen in der Hand. Ich schmeiße den mal in unser... Wäre eigentlich mal interessant. Wie viele Hasen haben wir eigentlich schon? Einen Käfig. Die müssen ja... Das werden sich doch netter. Doch, eigentlich. Also doch die... Fünf, sechs, sieben, acht. Einen Baum schon fehlt. Ernsthaft. Nochmal einen Blinderbaum. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wie viel hatten wir denn da drin? Weil ich glaube schon, dass sie sich vermehrt haben. Wir hatten, glaube ich, dann drei oder sowas. Kann das sein? Weil jetzt sind fünf drin, glaube ich. Ne, jetzt tue ich den sechsten noch ein. Oh. Okay, dann haben sie sich, glaube ich, wirklich vermehrt. Jupp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Yay, aber wir werden mit unserem Dach fertig in der Folge. Einmal hin. Ja, geil. Eigentlich. Gut, dann haben wir das wenigstens schon mal geschafft. Ähm, ähm, ähm. Hier ist einer drin. Und da muss man eigentlich nur noch schauen, was... Hast du mir gerade zugehört? Hier ist einer drin. Der läuft die ganze Zeit bei unserem Turm rum. Das ist nicht gut. Oh nein. Aber der ist verbuggt. Der springt da irgendwie die ganze Zeit hoch und runter. Vielleicht kann ich den irgendwie... Du kannst nicht mehr Pfeile tragen. Beruhig dich mal kurz. Er ist voll verbuggt. Ne, ne, ne. Ach, jetzt habe ich das... Der läuft die ganze Zeit im Kreis. Voll verbuggt. Deswegen ist das auch unmöglich, den zu treffen mit Pfeilenbogen. Ich stehe direkt neben ihn. Das interessiert ihn gar nicht. Ich habe ihn getroffen mit Pfeilenbogen, aber leider keine Headshot. Der rennt weiter. Was für ein Vollidiot. Nein. Nicht in unseren Garten. Nein. Warum überall hin? Und der läuft direkt zu diesem Tor. Bitte sagt mir jetzt nicht. Ich muss ja gleich was kaputt machen. Ich muss ja gleich was kaputt machen. Unsere schönen Sträucher. Habe ich denn alles unter Kontrolle? Bring mir seinen Kopf. Hör, headshot. Nice. Hoppe war zwar Pfeile gebraucht, aber... Wow, Wagen. Was zum Teufel. Oh. Ich habe mir jetzt meine Stöcke irgendwie in die Wand gebaut. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Komm. So. Hier, Meister. Ich bringe dir den Kopf. Wagen, tu mir das nicht an. Was? Nimm mal die Dinger einfach raus. Vielleicht, vielleicht geht es ja weg, wenn du die Baumstämme einfach rausnimmst. Ah. Na gut. Ich tue mal lieber den Kopf da. Ich hau gleich den Kopf weg. Nicht, dass das dann verpackt ist. Und der ist auch irgendwie weg. Köpfe sind wertvoll. Ich habe doch da gerade jemanden gehört. Mann, jetzt muss das Wasser immer wieder vertunsten. Da diesen Schildkröten. Ah ja. Die sind da. Einer ist in Falle gelaufen. Das ist nice. Nice. Lass den da oben. Der muss sterben. Hä? Hä? Die hängt da im Seil, aber ich kann kein Headshot geben. Doch, jetzt. Oh. Oh nein, ich bin fast tot. Wow. Alter, einer hat mich erwischt. Ich habe zwei Headshots gemacht. Aber leider. Oh, du Sack. Oh, er hat ein Headshot gemacht. Perfekt. Nice. Der letzte, komm. Let's go. Oh, ich habe da nicht geschossen. Wow. Ich habe jetzt auch kein Ding mehr. Keine Rüstung mehr. Ich habe kein Leben mehr. Ach, shit. Wow. Wow, fuck. Ich habe in einer echten Falle reingelaufen. Ich habe Leben verloren. Bleib stehen. Perfekt. Beide Headshots. Geil. So, jetzt habe ich seine Dinge aber angehittet. Oh, oh, oh. Richtig schön. Jetzt pass auf. Hier haben wir wieder ein paar Köpfe. Ich glaube, ich muss jetzt mal einen Medic nehmen. Leider. Das hilft nichts. Irgendwie hier Energie-Mischung. Oh, ich habe gar kein... Was war... Leben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Aloe Vera. Kann ich kein Leben machen, ne? Shit. Ne. Hallo, ich möchte hier reparieren. So, Kopf Nummer 1. So, wo war denn? Da. Arme haben wir hier noch. Nein, jetzt kann man anzünden. Da. Arme. 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 Da. Arme. So, dann hier noch den Arm. Hier den Fred. Den holen wir ja mit. Danke. So. Da habe ich noch einen Kopf rein. Wo braucht man die Arme? Da braucht man Arme. Jawoll. Da ist schon mal... Das rechte ist schon mal fertig. Arme. Da. Dann ist man um das linke Fettisch. Das war einer. Stür. Komm zurück. Ich will dich headshotten. Arm, arm. Schade. Arm, arm. Was ich einfach keine headshots mehr mache. Oh ja. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Einfach nur Deko-Zweck mäßig, ne? Oh, hier liegt noch ein Arm. Ja, den kann ich nicht aufnehmen. Oh, eine Ballerina. Hey, der hat auch noch einen Arm dran. Was ist denn das? Sorry. Jetzt fangen wir an, hier ab zu pfuschen. Sag einmal. Hast du den jetzt aufgenommen oder ich? Ich habe die Übersicht verloren. Oh, die Arme sind bei dem nochmal fertig. Nice. Alter, 86 Kämpfe nur noch. Noch ruckzuck hier. Ich glaube, das geht schneller. Ich glaube, damit werden wir fertig, bevor wir es noch fertig kriegen. Nein. Na ja, nur Spaß. Ein Baumstamm nur noch. Do it. Yeah. Für die anderen Baumstamm. Hey, ein Baum direkt abgeschlossen. Hey. Sehr gut, du hast das gemacht. Herzlichen Glückwunsch. E-gedrückt. Soll ich SS erstmal was und dann trinke ich noch was? Und dann hole ich mir einmal Medizin. Medik. Entschuldigung, ich erstmal in meinen Sessel rein jetzt. Ach so, genau. Wir wollten gucken, ob das hier durchbackt, ne? Wenn es mal regnet. Das müssen wir uns mal merken. Ja. Das müssen wir uns merken. Und sonst haben wir ja da draußen noch im Garten. Können wir ja die noch aufstellen. So wäre es ja nicht, ne? Haben wir da welche aufgestellt? Ne. Nö. Ich glaube, wir haben keine. Ja, man kann es leider nicht umsetzen. Es nervt mich ein bisschen. So manche Sachen würde ich gerne umsetzen. Ja. Das müssen wir uns einfach neben woanders hinstellen. Aber nö. So. Dann. Dach ist fertig. Mit FD sind wir auch gut vorangekommen. Folge ist vorbei. Ja, genau. Und was machen wir in der nächsten Folge? Können wir da schon mal einen kleinen Teasel machen? Tja, jetzt wirklich überlegen. Die Story weiterzumachen. Ja, prinzipiell schon. Weil es dauert es so noch ein bisschen. Also man muss doch jetzt. Ich weiß gerade eh nicht mehr, wo wir aktuell sind. Weil wir müssen erst mal. Wir müssen doch jetzt irgendeine Höhle finden. Schlüsselkarte Hammer, oder? Dann braucht man doch diese Schlüsselkarte. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Oh, ich habe einen Lurch. Dann muss ich aufhängen. Ich dachte, dass wir die schon haben. Bisschen enttäuscht. Irgendwie war ich mir echt sicher, dass wir die schon haben. Nee, ich glaube nicht, dass wir die gefunden haben. Machen wir das Feuer an. Ich habe zwei Beine. Die muss ich da reinschmeißen. Zwei Beine. Ja, ich meine, nur zum. Ist da was zu essen drin? Ja. Scheiße. Akku-Zack, was ist denn das für eine Scheiße? Das funktioniert doch nicht. Wenn ich mich da anstelle, muss es ja nach links fallen, ne? Zama. Das ist ja mal ein... Ey, hast du eigentlich noch ein bisschen Hunger? Bisschen, ja. Dann ess das. Gut. Was das auch kriege ich jetzt da rein? Ach, leck mich doch am Arsch. Hier, das tun wir auf den Weg. Ja, die spawnen dann irgendwann mal. Ach, die spawnen ja wirklich. Ja, ja, die sind alle weg. Ich glaube, man könnte wirklich so irgendwie so einen Graben ausheben, und alle reinfüllen zu buddeln, oder? Ach, das wäre dann schon heftig in, also, in der Brutalität, ja. Also, ich meine, ist das ja schon heftig, ne? Boah, mittlerweile wäre das echt ein Massengrab bei uns, aber... Da wären bestimmt schon 100 Leichen drin, oder so. Leicht? Ach, 100 reichen ja nicht mal. Mann, was wir hier für FNGs haben. Jetzt haben wir ja schon wieder nur... Wie viel hatten wir? 104? Gut, dann sag mal so 200, 300, so. Wir haben ja jetzt schon fast 20. Nur heute allein gemacht. Gut. Aber man kann ja dann vielleicht jetzt die Storys so ein Stückchen abschließen, also Schlüsselkarte irgendwie finden. Ich würde mal, das können wir jetzt auch mal so sagen, an alle, wie, also, ich werde jetzt auch mal nachgucken, was man braucht, um in die Höhle zu kommen, weil ich habe ehrlich gesagt, ich will jetzt die Story machen zum Abschluss, und ich habe jetzt keine Lust, da 10 Folgen lang alles abzusuchen, damit wir irgendwie die Schlüsselkarte oder so bringen, damit wir die Story abschließen können. Also ich sage da jetzt einfach mal frei raus, ich werde mich dann mal erkundigen, was genau für Vorbereitungen wir machen müssen, und wo das ist, damit wir nicht ewig lang suchen, weil es bringt, glaube ich, auch nichts für die Zuschauer. Wir gehen da einfach direkt hin, und... Es gibt zwar die Höhlenkarte, aber da weiß man halt auch nicht, in welcher Höhle was drin ist. Nee, also... Und ja, würde ich auch sagen, damit wir es einfach in einem Zug dann abschließen können. Oder dass wir es besser planen können, dass wir sagen, gut, wir müssen jetzt in zwei Höhlen reingehen, das kann man dann pro Folge vielleicht in eine Höhle, und dann da vielleicht eine Rette bauen, und ach, was weiß ich, irgendwie sowas dann. Irgendwie so, ja. Gut, mal schauen, also... Ich würde jetzt erst mal sagen, danke fürs Zuschauen, und wir sind eh schon wieder sieben Minuten drüber. Ah, ich habe den Wagen entpackt. Dann bis zur nächsten Folge. Jo, bis zur nächsten Folge. Tschüss.